Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Mein Name ist Sven-Dirk Schäffer und heute stellen wir Ihnen mal den etwas anderen Kombi vor. Hinter mir steht der neue Skoda Superb Scout. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier schon den 200 PS Motor, nicht wie bei vielen anderen Modellen noch den 190 PS Motor, sondern den neuen mit 200 PS. 2021er Modell, das heißt wir haben das neue Lenkrad, das neue Info Entertainment System und das neue digitale Cockpit. Was bei dem Auto toll ist, wir haben hier sogar das Panoramaschiebedach. Das ist eine etwas seltenere Konfiguration, vor allem in Verbindung mit der Standheizung, die hier auch verbaut ist. Was macht den Scout besonders? Einmal das Felgendesign, das ist nur optional bestellbar beim Scout. Wir haben hier so ein bisschen die Planken, die hier mit verbaut sind, die Optik um die Radläufe. Wir haben hier vorne die etwas andere Schnauze, hier unten mit ein bisschen mehr Offroad-Look, sage ich jetzt einfach mal, das sich dann hinten im Heck fortführt. Wir haben hier Stahlgrau, momentan eine sehr attraktive Farbe. Viele Kunden fragen danach, weil es bei manchen Modellen momentan nicht mehr bestellbar ist. Wir haben noch einen der letzten bekommen, die in dieser Farbe konfigurierbar waren. Wie gesagt, das Auto ist top ausgestattet. Wir haben Panoramadach, Standheizung, Allradantrieb, schwenkbare Anhängerkupplung, elektrische Heckklappe, sogar mit virtuellem Pedal. Das heißt, Sie können mit dem Fuß unter dem Stoßhänger hinterher schweifen und dann öffnet sich die Heckklappe automatisch. Darauf werden wir gleich aber auch nochmal detaillierter eingehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Interieur, weil wir auch hier eine bisschen besondere Konfiguration haben. Und zwar haben wir hier die Lederausstattung mit dabei. Das ist besonders toll, weil wir dann auch gleich die Memory-Sitze mit dabei haben. Das heißt, wir haben hier unten am Sitz nochmal einen Knopf für die einzelnen Sitzpositionen, die wir speichern können. Wir können sowohl die Lendenwebelstütze als auch den Sitz komplett elektrisch einstellen. Wie gesagt, super schön mit dieser Lederoptik, mit dem Alcantara mit dabei. Und was hier im Interieur auch noch hervorzuheben ist, ist natürlich auf jeden Fall die Canton-Soundanlage, was auch nicht Standard ist, was viele Kunden aber sehr schätzen, weil wir einfach eine bessere Anlage haben, besseres Soundsystem, besseren, größeren Subroofer unterm Sitz. Viele Superb-Kunden kaufen das Auto ja wegen dem super Platzangebot, vor allem in der zweiten Sitzreihe. Ich mit meinen 1,86 sitze hier optimal. Ich habe mega Beinfreiheit. Vor mir der Sitz ist auch auf meine Körpergröße eingestellt, sodass man da optimal mit fahren kann. Wir haben hier viele Verstau-Möglichkeiten für alle möglichen Sachen der Kinder. Wir haben hier eine Drei-Zonen-Klima-Automatik. Das heißt, auch hier kann hinten individuell die Temperatur eingestellt werden. Zum längeren Reisen natürlich eine Mittelarmlehne. Und was bei dem Auto auch besonders ist, worauf ich gerne eingehen möchte, ist die Sitzverstellung des Beifahrersitzes vom Fond. Das heißt, ich habe von hier aus die Möglichkeit, den Sitz so zu verstellen, dass ich perfekt laden kann, dass hier jemand perfekt sitzen kann oder um das einfach ein bisschen komfortabler zu machen für die Leute, die hier hinten sitzen. Dann, wie gesagt, das Panoramadach. Gerade für die Mitfahrer, super toll. Für Kinder, wir haben hier eine riesige Glasfläche, nachts super zum Sterne beobachten oder Sonne genießen, jetzt zurzeit im Sommer. Das ist natürlich auch getönt. Das heißt, wir haben hier eine Sonnenschutzverglasung mit drin im Panoramadach. Da muss man sich keine Sorgen darum machen, dass das Auto unnötig aufgeheizt wird oder dass man irgendwie einen Sonnenbrand erleidet oder so. Natürlich auch für die beiden vorne. Wir schreiben gleich mal ein Clip rein, wie das ist, wenn man das Verdeck öffnet. Ist quasi, ich will nicht übertreiben, aber wie Cabrio-Feeling. Also wirklich toll. Man hat da auch noch einen Windshot mit dabei, das rausfährt, dass es nicht zu laut ist. Das ist echt super optimal. So, jetzt würde ich sagen, sind wir hier mit der zweiten Sitzreihe erstmal fertig. Isofix ist hier natürlich auch verbaut. Das heißt, Kinder sind hier auch optimal untergebracht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem weiteren ausschlaggebenden Argument für den Superb. Wir haben natürlich hier bei der Allrad-Variante die schwenkbare Anhängerkupplung mit dabei. Direkt auch mit der Buchse für die neuen Anschlüsse. Und wie bereits erwähnt, die elektrische Heckklappe. Wir haben beim Superb den super, super großen Kofferraum. Wir haben hier eine Tiefe von 1,20 Meter. Das heißt, Hundeboxen sind hier super aufgehoben. Wir haben eine super schöne Höhe oder auch längere Gegenstände. Kinderwagen, Sprudelkästen. Der Besuch bei Ikea ist mit dem Auto überhaupt kein Problem. Bei dem Fahrzeug haben wir hier sogar Stoff und Gummimatten mit dabei. Das heißt, weil es so ein bisschen die Offroad-Kombi-Variante ist, steht auch dem Besuch im Wald mit diesem Fahrzeug nichts im Wege. Was ich gerne noch hervorheben würde, hier in diesem Kofferraum, sind die Fächer, die wir hier an der Seite haben. Das heißt, wir ziehen hier einmal dran. Das Fach öffnet sich. Wir haben hier noch mal Verstau-Möglichkeiten für alle möglichen Sachen, die nicht unbedingt sofort ins Blickfeld fallen sollen. Wir haben hier auch noch mal die Leisten, die wir mit Klett auf den Boden hier kletten können, um Sachen vom Wegrollen zu verhindern. Was wir auch mit dabei haben bei diesem Auto ist der doppelte Ladeboden. Das heißt, ich habe hier zwei Ebenen, wo ich dann auch noch mal Sachen verstauen kann, die man nicht sofort sehen soll oder die einfach nicht durch den Kofferraum fliegen soll. Natürlich auch hier die Kofferraumabdeckung mit dabei, wie man es kennt von Skoda, mit den zwei verschiedenen Weiten, die ich einstellen kann. Einmal komplett zu, einmal nur halb zu und dann haben wir hier oben den Knopf, um die Klappe wieder zu schließen. Rückfahrkamera natürlich mit dabei in dieser Ausstattungsvariante und worauf ich noch gerne eingehen möchte, wir haben hier auch die LED-Heckleuchten, die ein bisschen dunkler getönt sind und somit haben wir auch den sequentiellen Blinker, was natürlich noch mal ein absolutes Highlight ist. Wie bereits vorhin schon angesprochen, haben wir hier auch das virtuelle Pedal. Das heißt, Sie haben den Schlüssel in der Hosentasche, Sie gehen mit dem Fuß unter der Heckklappe oder unter der Stoßstange her und die Heckklappe öffnet. Bei mir jetzt nicht funktioniert, weil wir den Schlüssel im Fahrzeug haben liegen lassen, damit die ganzen Systeme weiter eingeschaltet bleiben. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal weiter mit dem Innenraum. Auch da gibt es noch so zwei, drei Sachen, auf die ich gerne eingehen würde. Zum einen, wie man die Standheizung einstellt und um die ganzen Assistenzsysteme noch mal zu erklären, die in diesem Fahrzeug verbaut sind. Wir haben hier nämlich den Abstandstempomaten, den Todwinkelassistent, den Trailerassist inklusive Einparkassistent für den Trailer und natürlich den Spurhalteassistent. Insofern würde ich sagen, springen wir einfach einmal vorne ins Interieur und machen dann da direkt weiter. So, im Interieur angekommen. Muss ich hier auch sagen, man sitzt auf den Sitzen echt super gut, mega bequem. Wir haben im Sommer nicht das Problem, dass der Sitz mega heiß ist, weil wir halt die Mittelbahnen des Sitzes aus Alcantara haben. Das heizt sich nicht ganz so stark auf wie das Leder. Und im Winter ist das nicht ganz so kalt, das Ganze. Wir haben hier natürlich beim Winterpaket die Sitzheizung mit dabei. Der Knopf würde sich hier unten befinden. Wir haben hier natürlich auch die Lenkradheizung mit dabei, die wir einstellen können. Und die Standheizung, wie gesagt. Viele Kunden fragen immer, wie stelle ich die denn überhaupt ein? Wir haben zum einen hier unten den Knopf, wo ich die jetzt direkt einschalten könnte. Das heißt, ich würde draufdrücken und die Standheizung wieder einschalten. Ich habe aber auch über das Klimamenü hier unten mit dem Reiter Standheizung die Möglichkeit, die Standheizung zu programmieren. Das heißt, ich kann hier Abfahrtzeiten eingeben, wann ich morgens zur Arbeit muss oder wenn ich abends noch irgendwie raus muss, die Kinder von der Schule abholen, vom Musikunterricht, vom Training. Und ich möchte in ein vorgeheiztes Auto einsteigen, kann ich dann hier, wie gesagt, den Tag und die Uhrzeit immer einprogrammieren, sodass die Standheizung von alleine angeht. Wir haben natürlich auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze über die Fernbedienung zu steuern, an, aus oder halt über die App. Das Fahrzeug ist mit der Skoda App ausgerüstet. Das heißt, wir können die App auf unserem Smartphone installieren und können darüber auch die Standheizung steuern oder die Standheizung programmieren. Bei dem Fahrzeug, wie Sie schon gesehen haben, haben wir drei Schlüssel sogar mit dabei. Wir haben einmal den schönen Schlüssel und die zwei Backup-Schlüssel oder die sogenannten Valet-Keys, die man dann abgibt, wenn man das Fahrzeug verleiht, parken lässt oder wie auch immer. Zurück zu dem großen Touch-Display. Wir haben hier wirklich alles mit dabei. Telefon, wir haben Wireless App-Connect. Wir haben hier unten die Ladeschale fürs Smartphone. Einfach reinlegen, das Smartphone wird geladen. Natürlich haben wir auch nochmal USB-C-Anschluss hier, um weitere Sachen anzuschließen zum Laden, die jetzt in die Ladeschale von der Größe vielleicht nicht reinpassen. Ein weiterer Aspekt, der mir bei diesem Fahrzeug sehr, sehr wichtig ist, wo ich gerne darauf eingehen möchte, sind nochmal die Assistenten. Wie eben schon angesprochen, haben wir hier eigentlich assistenztechnisch alles mit dabei, was geht. Wir haben den Tote-Winkel-Assistenten, wir haben den Trailer-Assist, wir haben den Spurhalte-Assistenten, wir haben den Abstandstempomaten und Frontassistenten. Das heißt, wenn Sie in der Stadt sind, da läuft ein schrieendes Kind auf die Straße, ein Fahrradfahrer guckt vielleicht nicht, fährt einfach mal rüber, würde das Fahrzeug immer für Sie eingreifen und die Notbremsung einleiten. Wir haben auch hier die Verkehrszeichen-Erkennung. Das heißt, im großen TFT-Display wird mir dann oben die Geschwindigkeit angezeigt, dass man das auch optimal sehen kann. Ich denke mal, das erstmal soweit zum Innenraum. Natürlich haben wir auch den Park Lenkassistenten wieder mit dabei, die Rückfahrkamera inklusive der Lenkrad-Erkennung. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug jetzt hier mal starten, ich lege den Rückwärtsgang ein und wenn ich jetzt einschlage, sehen Sie, wie sich sowohl hier an dem seitlichen Symbol als auch auf dem großen Display die Linien verändern. Das heißt, ich weiß immer genau, wo mein Fahrzeug hinfährt und wie es dorthin fährt. Wie Sie sehen, haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, eine andere Kameraeinstellung zu wählen, dass wir sehen können, ob von links oder von rechts einer kommt. Werden wir rückwärts aus einer engen Parklücke fahren oder wir haben hier den Trailer Assist, wo wir genau sehen können, treffe ich mit meinem Kugelkopf die Anhängerkupplung bzw. den Trailer und auch hier, wenn ich einschlage, würde sich die gelbe Linie wieder bewegen. Das sind wirklich, finde ich, super tolle Features, die einem im Alltag einfach helfen, wenn es mal schnell gehen soll. Und ich meine, wir reden jetzt hier auch nicht von einem Auto im unteren Preissegment, da will man sich natürlich auch ungern eine Beule in die Stoßstange reinfahren. Hier oben haben wir das Bedienelement für das Panoramadach, hier haben wir die Öffnung für das Schiebedach und dann hier hinten einmal für das Rollo. Wir können das komplett schließen, wenn es zum Beispiel sehr stark regnet und das irgendwie stören sollte, dass der Regen auf die Scheibe prasselt, kann man wie gesagt das Rollo vorfahren, sodass das dann nicht stört. Das Rollo ist in der gleichen Farbe wie der Himmel in einem relativ hellen Grau. Ja, ich denke, soweit erst mal von hier drin. Wir steigen noch mal aus, machen noch mal unsere kurze Highlight-Runde, runden das Ganze noch mal ein bisschen ab. So, jetzt noch mal draußen angekommen, die versprochene Highlight-Runde. Was ich an dem Fahrzeug wirklich super toll finde, ist diese Kombination Panoramadach und Standheizung. Ist keine Kombination, die man häufig sieht, es ist meistens entweder oder. Wir haben hier beides. Wir haben die schwenkbare Anhängerkupplung, wir haben den Allradantrieb, wir haben die elektrische Heckklappe inklusive virtuellen Pedal, wir haben die Lederausstattung mit den Alcantara-Highlights, mit der Memory-Funktion und sogar die Sitzverstellung des Beifahrersitzes aus dem Fond. Dann das komplette Assistenzpaket. Sie sind hier mit diesem Fahrzeug, egal in welcher Lebenslage, immer sicher unterwegs. Der tote Winkel wird Ihnen angezeigt. Sie können perfekt Ihren Anhänger treffen mit der Kupplung durch die Kameraunterstützung. Sie können eigentlich kaum zu schnell fahren, weil Sie die Verkehrszeichenerkennung dabei haben. Das heißt, Sie können ab jetzt mit diesem Fahrzeug eigentlich kein Schild mehr verpassen. Und auch sonst, airbag-technisch, mit dem Abstandstempomat, mit dem Frontassistent sind Sie hier super, super sicher unterwegs. Und jeder Familienurlaub startet mit diesem Fahrzeug super sicher auf der Autobahn. Das Auto steht bei uns momentan zum Verkauf für 47.990 Euro. Die UVP des Herstellers liegt bei 60.000 Euro. Um genau zu sein, mit Überführungskosten sogar bei 61.176 Euro. Das heißt, wir haben hier einen Preisvorteil von knappen 25%. Was wirklich super ist, gerade bei einem Fahrzeug in der Preiskategorie und mit den Ausstattungshighlights finde ich das ein super Preis-Leistungsangebot. Wenn da Fragen zu dem Fahrzeug da sind, rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine Mail, schreiben Sie uns auf Instagram, Sie können uns mal WhatsApp schreiben. Videocalls sind momentan immer noch möglich, obwohl Corona ja schon so ein bisschen nachgelassen hat. Wir tun alle Sachen unten nochmal in die Box rein oder blenden das unten nochmal auf dem Screen ein, dass Sie da direkt von YouTube aus bei uns durchrufen können. Probefahrten mit dem Fahrzeug natürlich auch möglich, wenn da ernstes Interesse besteht. Das gerne immer nach Absprache. Sonst würde ich sagen, ich hoffe Ihnen hat das Video gefallen. Lassen Sie gerne ein Like da, lassen Sie gerne ein Abo da, um auch die nächsten spannenden Autos, die wir filmen und auch bei uns auf dem Hof haben, mitzubekommen. Dann würde ich erst mal sagen, ich bin raus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Chefautomobil. Ciao!